hey yo leute was geht euer fresher kai am start sucht mir eine schöne runde team deathmatch auf fresh am verkackten alter ich habe hier mein account wegen neu gemacht anders packt man noch am besten schönes was mache ich alte anpassung exos passt hier dazu und das sieht auch nice aus aber macht das ist am besten richtig nice altig ja man oh yeah team deathmatch rasiere mir richtig queen bed oh mein lieblings map man oh yeah real life ist nicht twitter falls ihr euch das an die andere videos und hat gesehen wir haben die ich euch hier mit flucht wohlweil mit schon mal die in der ersten schilding die Uhr vor allem die leichten k k k k k ich habe ein alter die ich schieße an die Wand auf einmal richtig Killer auf einmal hab ich schon killt alte Lüge komm doch die Drecksack alter egal man st alt ich schwöre und ich kenne sich Leider wir wieder ab schrecklich ja womit denn jeder wusste wie er es will aber mein Freund sagt sich taktisch ist liege oder so ja wenn er taktisch liegt taktisches Denken ist auf dem Teil noch oh 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 Weihnachter Feiernacht hoffentlich habt er auch schöne Weihnachten und hoffentlich ein und ja ein nächstes Jahre alter wird richtig geld weil man dann liege ich dann richtig fettlos mit YouTube und so ein Team Deathmatch Charmuta Nein Ja man Boah mal Schalten wir sie aus Ziergang Alter wie kleiner Twittergrube jetzt Alter man der Typ geht mich jetzt richtig auf die Eier Wetter der kommt Alter solche kleiner minderbemittelte Opfer solche Opfer und geschütztes Ziel die die Minderbemittelte Camper Abba Puba Alter Boah diga jetzt lass uns schön verlassen hier mit dem der Krieger Mandakrieger Compact kein passende knieschone man aber meine nase kompakt die map ist die schalte ich liebt die wird so richtig fett oh yeah wo wir können wir gar nicht mehr so lange zocker und innen anfangen muss ich auch so gegen Ende exo online Reinde ausschalten du Hunde du Hunde oh yeah eigentlich immer mein Ziel vor der Hunde Alter Digger ich hasse ich hasse so richtig Spawn Trapper hier Spawn Trapper Spawn Trapper hier Spawn Trapper hier Ich Ich schau ich weiß auch so ein wichtiger herzlicher Monge wo denn kann ich Spawn Trapper 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 Die Hunde gehauen Spawn Trapper Spawn Trapper Spfront boy jetzt jetzt kommt die stunde der drohne wachet ich hab die scheiße nicht zu Wort wirklich gedacht hab ich gehen lasse alles was gehen lasse boah der Diff von Ding wo ist der Hunde so? mann K1 hat der Diff das ist heftig mach dich fertig verbündete Drohne über uns oh yeah da ne ne schön coole internet lag drohne bereit nur ein 1 2 1 2 2 3 2 3 5 5 5 5 4 5 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 gerade gedacht ich bin Lars K. Oh yeah. Boah ich bleibe. Erster Platz. Erster Platten Deal. Royal Bunker. Boah wie soll ich die Folge nennen Alter. Dreckige Kämpfer. Ja man. Jo Leute das war's denn auch von dem Video. Hat mir richtig Bock gemacht. Obwohl man auch wen verkackt habe. Diesmal zwei Videos hinkriegt. Ich muss jetzt auch aufhören. Jo auf jeden Fall war's das jetzt von heute. Ich freue mich aufs nächste Video. Jo tschau bis zum nächsten Mal. Schöne Weihnachtsfeier. Jo tschau.